Hallo zusammen, das ist das Internet aus der Dose. Das ist eine fette Ameise. Diese Ameisesorte nennt sich Honigtopfameise. Ihre Aufgabe besteht darin, einen lebenden, schnaufenden Kühlschrank zu sein. Andere Ameisen können vorbeikommen und von ihren Zessen nehmen, wenn immer sie möchten. Und weil diese Ameisen Honig in sich haben, sind sie in vielen Kulturen eine Delikatesse. In Nigeria tanzt man bei der Beerdigung. Musik Hast du schon mal einen Berg gesehen, Eistee zu trinken? Und das passiert, wenn sie den Eistee getrunken haben. Musik Das ist das Ende des Videos. Ich hoffe wirklich euch hat es gefallen und dass wir es bald wieder sehen. Musik Bis dann. Musik 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 Musik